So, wisst ihr, was ich jetzt erst mal mache? Ich mach mir jetzt erst mal ne Hose aus Meteorchips. Das ist auch schon well, ja? Ja, mach mal. Probt ihr denn immer die Meteorchips? Ja, geil. Mine. Ich renne hier eindeutig zu wenig rum, irgendwie. So. Drei... Scheiße. Reicht das überhaupt? Das reicht ja schon. Zwölf Kohle. Boah, hier sind wieder Pilze. Uh, Pilze. Magic Mushrooms. Und so. Oh man. Ich dachte, wir sollten was anderes sagen. Oh, Far Cry ist toll. Hat einer von... Hat einer von euch Far Cry irgendwie gespielt? Ja, ich hab... oder ich bin grad am suchten. Aber momentan fehlt mir die Motivation. Warum? Warum? Wohl's nicht. Far Cry war glaube ich der einzige Shooter, den ich bisher spielen konnte auf... ähm... hier... Gamepad. Also nicht, nicht Gamepad, sondern... wie heißt das? Wie ist das? Weiß das jetzt ich meine? Nicht am Computer. Mal. Konsole. Konsole, genau. Ich krieg das immer nicht mit der Steuerung dann. Ja, ist ein bisschen kompliziert. Ich hab bei mir noch Battlefield zu liegen. Hab aber keinen Bock, weil ich in der Kampagne nicht weiterkomme. Ja. Battlefield hab ich zweimal durch. Ja. Oh, wie krieg ich denn so ne Munitionskisten auf? Oh, Redstone? Ich hab Redstone. Cool, ich hab direkt an meine Base irgendwie hier so ne Höhle anliegen. Das ist ziemlich geil. Also, für meine Zuschauer, falls jetzt irgendwann mal ne Flasche im Hintergrund hört. Ich bin auch nur ein Mensch und ich hab auch mal Durst. Äh, nö, du bist so ne Maschine. Ja. So, ich hab uns hier schon mal einen Generator hingebaut und einen Macerator. Ja. Das können wir später alles noch automatisieren. Ey, Mann, ihr cheatet doch. Naja, Wex hat OP. Okay. Ich hab gar nix von dem, ich baue nur das Zeug ab, was ich hier irgendwie kenne oder so und dann ist gut. Ich hab das alles live aufgenommen. Ich hab das alles, äh, gebaut von Ressourcen, die ich zur Verfügung habe. Ja, ja. Live und gecuttet, ne? Hahaha. So sieht's aus. Und ich hab Lapis, Lazuli. Jetzt müssen wir noch in den Nether und wir können uns, äh, Jetpacks bauen. Was wollt ihr bauen? Jetpacks. Achso. Wir könnten aus den Diamanten, äh... Longfall Boots bauen. Dann kriegen wir keinen Fallschaden mehr. Ich hab einen Generator! Erstmal bauen wir uns, äh, Dingens, ähm... Was hat das für gelten? So, ähm... Nach dem Geplubber gerade. So, 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 hier. Ich hab einen Generator. Supi. M-F-E. Ich mach mir jetzt hier erstmal einen Waypoint, und zwar Home. Ah, stopp. Ähm... Glaub ich komm hier nie wieder raus. So, ich hab schon mal drei Spinnenweben. Mal gucken. Ich hab einen Wetter. Ich hab einen Wetter. Drei-Felt-Machine-Werbomb. Oh, hier kann man ja... Oh, ja, genau. Stimmt. Per Waypoint. Nein. So, meine Spitzhack ist im Arsch. Öh, hol die raus. So, da ist ein blauer Creeper. Was macht ein blauer Creeper nochmal? Ja, der ist mega kacke. Nein! Meine Spitzhack ist kaputt, und ich hab nichts zum Hochbauen. Hm. Was macht der? Hm. Hat irgendwer Flint? Stopp. Müsstet ihr ein bisschen... Take-up-graben? Ja, ich hab ja keinen Gravel gerade bei mir. Gravel? Gravel. Gravel, meinst du? Oh, da war schon einer. War von euch jemand schon bei Lava? Nee, nicht wirklich. Nein! Ich war vorhin schon mal relativ bei unten. Was ist das lila an der Zeug in der Wand? Das ist doch bestimmt auch wieder irgendwas magisches oder so, ne? Schad. Ja, das ist doch schad. Gravel. Mann, gib mir doch einfach mal... So. Weißt du? Ich baue jetzt eine Million Gravel ab, und ich krieg keinen Flint. Und jetzt, nachher, ich schwör euch, nachher, ich baue einen Gravel ab und krieg 10.000 Flint daraus. Okay. Du kriegst nie das, was du willst. Du kannst auch das Gravelzeug bei mir in den Mesa Raider reinstecken, wenn du willst. Ja, ne. Jetzt ist auch schon viel. Kleine Zicke, ey. Ist unmöglich. Schlimmer als ich. Boah, ich puff. Was sind denn das für... Was kann man mit diesen Möhren machen? Oh. Was? Mit diesem Geis... Geisel? Oder Gysal Green? Oder was auch immer? Geisel. Damit kannst du die Zocken mit Schokobos zählen. Ich will ein Schokobo haben! Boah, ich will ein Schokobo haben. Ich hab vier Stück davon, also kann ich... Da war doch von einer im Wald. Äh... Ich weiß aber nicht, ob du das mit denen machen kannst. Wie gesagt. Ich glaub, das musst du mit dem goldenen Gysal machen. Ich probier's einfach anbauen. Und probier's einfach anbauen. Und gleich wieder... Wie macht man die goldenen? Ich glaub, die kriegst du nur durchs Anbauen. Ich weiß es nicht. Hm. Ne, du kannst auch mit jeder... Mit jeder Karotte machen. Geil. Also diese Karotte, die du grad gefunden hast. Komm her, Chokobo, komm her. Auf nur genug. Jaaa, er liebt mich ganz toll. Find ich gut. Kann ich hier mal ganz kurz... Options... Wie war denn das? Ähm... Video-Setting... Wie macht man nochmal dieses Walking-Dingens aus? Warum leckt es dann mit dir? Ne, aber ich mag's nicht. What? Oh, ich hab'n Schokobo, aber drauf reiten kann ich nicht, wahr? Bin wieder da. Hallöchen. Lebe! Was macht man mit nem Schokobo so? Um rumreiten? Äh... Wie rät ich denn auf dem? Ich glaub, bei den... Ich glaub, bei den goldenen kannst du dann auch... Ich hab' hier einen, der ist bunt aufm Kopf. Du musst dir einen Sattel machen. Es gibt doch welche, die kann fliegen. Oh, geil. Oh, hier sind ganz viele. Ich zähm' jetzt ganz viele Schokoboos. Oh, ich komm' hier nicht mehr raus. Ey, jetzt hab' ich schon zwei. Eine... Ach, die kriegen dann automatisch rote Halsbinder, ist ja geil. Scheiße, ich mein Gold. So, ich brauch' mir jetzt erstmal noch nen Extractor. Oh, das ist mit Schokoboos. Was baut ihr euch denn da alle, ey? Wie verpiss' ich. Ich wüsste gar nicht, was man damit machen kann. Gibt's hier noch irgendwo... Ah, da... Müsste mal hier bei uns reinkommen in die Dings. Nein, hier sind vier Creepern. Oh, ich hab' schon zwei Schokoboos wieder, was macht man damit? Ne, drei. Keine Ahnung. Ah! Ein Skelett, ein Skelett, ein Skelett! Ja, komm her. Wackeln gefunden. Vor allem Hauptsache das Skelett hat erstmal ne komplette Eisenrussi an. Nein, geh weg, geh weg! Gut. Oh, ich hab' hier von drei Creepern und ne Axt verfolgt. Und ne Axt? Ja. Nein! Ge weg! Hier grinst mich schon wieder so'n Creeper an. Ja. Was ist das für'n Busch? Essenz or Berry... Dingsdor? Oh, dann nicht wieder Chokobo. Oh, ich hab' hier richtig viel Cotton gefunden. Für meine Zuschauer, ja, ich war jetzt ne ganze Weile ruhig, weil ich grad Kraft händen muss. Kraft händen. Ja. Ab wieviel kann man nochmal, äh... Hier. Bucket of Force und ein Force-Shard. Safari-Net. Single-Use. Was ist denn das alles? Du musst nicht ausprobieren. Kann ich dir grad nicht sagen. Das hab' ich grad in Kisten gefunden. So. Boah. Boah. Ruckel-Ruckel. Was passiert denn jetzt mit meinen beiden Schokoboos? Fangen die mir nicht oder so? Oh, der Wind! Boah. Der geht mir so extrem auf'n Keks. Mana-Creeper, was ist denn das? Ich hab' einfach mal zwei Stacks Eisen. Ja, schön. Ich hab' vier Creeper, äh quatsch, nicht Creeper, ich hab' vier Schokoboos. Wenn ich's außen... Oh fuck, ich muss Cut setzen. Ui. Okay, Leute. Ich glaub' den Cut setzen schon, mein... Kannst du jetzt schon längere Videos machen? Jaja, ich mach' jetzt immer so 25... Eigentlich wollte ich mal 20 Minuten Videos machen. Achso. So, dann gehen wir mal in Sinas Haus. Machst du denn hier? Hier hinten rein. Einen Cut setzen. Nö, mach' mal. Hallo. Mit dem Ausblick... ...auf unser Haus... ...abschiede ich mich und sag' Vielen Dank fürs Zusehen. Ey, ich hab' nen Lego-Kopf. Ui. Lego. Nein. Jetzt komm' ich hier nicht mehr hoch. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis mal und ciao. Sehr gut. Jo, setzen wir unsere Cuts dann auch jetzt gleich und machen weiter oder was ist jetzt los? Ja, ich würd' sagen... ...eine Folge auf jeden Fall noch. Mhm. Mindestens. Joa, kann mal gucken. Ich will hier auf alle Fälle noch rauskommen, irgendwie aus der Höhle. Was machen wir denn... Was macht man mit Schokobofedern? Ich glaub' das kannst du hier noch weiter machen. Mach Goldnuggets außenrum, mach Goldnuggets außenrum. Dann kriegst du'n Fenigfeder, ne? Dann kriegst du keinen Fall damit. Okay, ich brauch' nur noch Goldnuggets. Dann... Warum euch die ja kriege? Dann sagt mal Bescheid, wenn ihr euren Cuts setzen wollt. Weil ich bin jetzt auch gehabt, der Höhle hier unten drin, aber ich hab' Zeit. Ja, ich hab' eigentlich auch Zeit. Okay, ich wär' wieder bereit für ne neue. Ich zieh' jetzt mal durch kurz. Ich komm' mal ganz kurz nebenbei. Wer das hätte da, ich möchte noch. Ah, ist nur behindert muss man eigentlich sein. Müssen wir nur auf unserem Big Club warten. Ja... Der irrt hier noch in der Höhle. So, jetzt hab' ich auch endlich Brot, sehr gut. Und kommt nicht raus. Ich hab' hier ne Fackel gefunden. Hast du eigentlich schon die Bolli Seeds gepflanzt? Die Bolli Seeds, also. Ähm, pflanzt du mir alles an einer Stelle, oder? Ja, wahr? Ja, wollt' ich sagen, erst mal. Ich hab' da drüben ne ganz große Stelle gefunden, da gibt's überall Cotton wie sonst was. Kann ich wieder aufnehmen oder seid ihr noch mit in der Aufnahme? Wie ist das Rolle? Wir sind noch in der Aufnahme danach. Ich auch. Also mir ist auch relativ egal. Man muss ruhig reinlabern. Na dann... Jetzt stimmt. Ich hau' jetzt hier einfach mal richtig viel Barley Seeds rein, damit wir was zu essen haben, ja. Jo. Okay. Gut, dann setz' ich auch mal ganz kurz kurz nen Cut und würde sagen, bis gleich. Den leg ich mir raus. Ich will mich jemand freischaufeln. Ja. Du Failer, du, ey. Ja, ohne Spaß. Ich hab' keine Spitzhacke mehr und ich sitz' hier unten fest. Also ich glaub' ich fang' jetzt wieder an aufzunehmen. Ja, mach' mal. Jo, ich bin auch wieder da. Willkommen zurück zu Feed the Beast. Und es schifft wie aus Kübeln. Ja, Mann, genau. Zumindest oben. Gut, hier hat Schneider gebaut. Willkommen. Wohnt ihr eigentlich? Neuer Part. Das haben wir aber vorhin schon mal besprochen. Was, wo ihr wohnt? Raus aus Sinas Höhle. Ja. Dann müssen wir das Zubi nicht ganz mitbekommen haben. Ja, du kannst ja immer gleich rausgehen. Danke, was hast du da eigentlich für nen Atomkopf? Das ist kein Atomkopf, das ist ein Lego-Kopf. Ja, Mensch. Boah, ich hab' den Weg rausgefunden, oh mein Gott. Zubi, wir sind stolz auf dich. Und ich würd' mal sagen, dann setz' ich hier auch meinen Cut. Ich schenk' dir nen Keks. Ja. Wenn du da bist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, über ne Bewertung würd' ich mich freuen. Hier. Ich hör' mal wieder ein paar Bäume in unsere Spalte. Oh mein Gott, die hat Spalte gesagt. Oh Gott. Oh Gott. Dann dreh' ich hier nochmal durch mit euch. Ich schwör'. Ich schwör'. Ich schwör'. Hä? Wo ist meine Energie hin? Was los? Lan. Wasch da los, ey? So, in meiner jetzigen Folge werden wir aber nicht nichts anderes machen als planlos in Höhlen umtrennen und Zinn und Kupfer zu sammeln. Ja, das hab' ich grade auch schon gemacht. Ja, das hab' ich grade auch schon gemacht. Was ist da los, ey? Ey. Kann ja auch grad so'n bisschen planlos sein. So, ich will ja immer noch mal gucken, wo ihr jetzt wohnt. So, und ich labere euch jetzt hier auch vielleicht mal rein. 3, 2, 1, 0. Jo Leute, wieder zurück. In der Spalte. Die Spalte. Verdammt. Feed the beast, die Spalte. Bam. Die Spalte des Grauen. Ja, so ungefähr. Werden die ersten fünf Folgen heißen. Die Spalte eins, die Spalte zwei. Zurück in die Spalte. Oh Gott. Jetzt hört sich ja wieder so ein Name für so'n schlechten Porno. Und wie kommt jetzt? Und das denkt gleich... Und das denkt gleich die Frau. Oh, Frauen. Mal wieder. Alter, nur weil ich weiblich bin, heißt das nicht, dass ich auch so'ne Kommentare abgeben darf, ja? Also ich dachte jetzt kommt, nur weil ich weiblich bin, darf ich das ja auch... Darf ich das auch gucken? Jetzt schon gerne.